Sie pflegen Ihr GIS-System in der Gemeinde, sind Mitarbeiter im Wasserwerk oder im Bauhof, Sie stehen vor dem Problem, Sie müssen Grenzsteine suchen, frisch verlegte Hausanschlüsse in Ihr GIS-System einpflegen, Sie müssen Ihr Kanalkataster pflegen, indem Sie Schachdeckel oder Wasserschieber aufnehmen, Sie müssen ein Baumkataster anlegen oder Sie möchten einfach draußen vor Ort wissen, steht ein Baum auf Privatgrund oder Gemeindegrund? Für all diese Anforderungen haben wir die passende Lösung. Mit den GNSS-Empfängern aus dem Hause Attenberger sind Sie für sämtliche Vermessungsaufgaben in der Gemeinde gewappnet. Durch intuitive Bedienung mittels eines Tablets werden Sie zum Messprofi ohne Vermesser sein zu müssen. Sie können die Geräte einschalten und messen sofort mit einer Genauigkeit von 1 bis 2 cm in Lage und Höhe. Damit finden Sie jeden Grenzstein. Wir haben für alle unterschiedlichen Budgets und Anforderungen die passende Lösung. Sei es unser Allrounder, der APS NR3 von Septentrio, das QPAD X8 von HITARGET oder der 10XX von PPM. Alle unsere Systeme sind mit Ihren GIS-Anwendungen kompatibel. Sie müssen sich also über komplizierte Datenanbindungen keine Gedanken machen. Bei Interesse nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir kommen gerne bei Ihnen in der Gemeinde vorbei und präsentieren Ihnen unsere Systeme im praktischen Einsatz.